hauptsache was ja ich muss ich muss nicht in den hubschrauber kommen du musst in den hubschrauber kommen ja ja sonst müssen wir uns in den quad suchen oder so dass man lieber nach oben gehen ja warum nicht ich kann deine auch nicht aufnehmen ich kann deine nicht ach so das ist ja voll weit alter vorsichtig da hinten steht ein ja da sind auto ne ich versuche auch aber das schieße ich nur welche komm ins wasser nein die ballern ich hab einen oh die sind hier voll mitten rein gerannt das war kein guter wie viel Lass mal die Barriere außen rum gehen, drum. Ja, ja, hier sind... Da schießt. Keine Ahnung. Aus, scheiße. Lauf oder lauf. Hoffentlich müssen wir da nicht runter oder so. Ach, hier hat man auch Fallschirme, ne? Wir sind nicht mehr weit. Da fährt ein Auto. Da fährt ein Auto. Da fährt ein Auto. Leg dich hin. Die wollen vielleicht den selben Evakuierungspunkt wie wir, Alter. Von Busch zu Busch, Mann. Von Busch zu Busch. Ungedockt. Ne, ne. Got it. Ultra 1 schließe Aufträge ab, um an Vorratsstationen Ausrüstung und Verbesserungen kaufen zu können. wenn wir jetzt eine drohne hätten das für guten ich glaube der ist ja immer oder ich weiß nicht leg dich hin wie viele drei stück oder was woher weißt du was ja die bots kommen ja sowieso wenn der hubschrauber kommt und da ist einer was machen ich muss das irgendwie aktivieren ich bin da mir ist und rein gesteigerte aktivität im gebiet halte die augen offen rein jetzt durch wird versuch hinten 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 muss rein ja bruder bleib drinnen bleib drinnen alter ja du hast es geschafft ich auch alter ich hab dir zugebucht noch wie du gerannt kriegst ja